Howdy Barbecue Lounge. Der Witz zum Morgenend vom Barbecue Leaks. Ein Ami, ein Deutsche und ein Schweizer treffen sich und fangen halt so zu erzählen und der Ami fängt dort zu prallen. Hey, well we have buildings, very high buildings in the States. If you stand on the top of a building on the East Coast, you can look to the West Coast. Zwischendeutsche haben kein Stamm in Deutschland. Die sind so hoch, die verschwindenden Wolken. Da siehst du und hörst nichts. Das ist der Schweizer. Ja, wir haben im Granton Uri einen Kollegen. Ja, so einen langen Limmel. Können sieben Raben immer umeinander Platz nehmen? Ja, wo der Ami halt ein bisschen zurück und siehst, well, our bills are very high, but you cannot look from east to the West Coast. Ja, siehst, Deutsche, also, und siehst, hey, Stamm, die sind ganz schön hohe und ja, man sieht sie, wenn man hinguckt, genau, und hört sich schon ein bisschen. Und so ist der Schweizer. Ja, ich muss sagen, auch ein wenig übertrieben. Der Sitterer hat sich schon ein wenig gegängt. Ha, 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 ha. Schönen Wochenende, ihr Leute. Macht Spass mit euch in der Lounge. Ich hoffe, ich werde der eine oder andere, wenn wir uns mal sehen können, der eine oder andere shoppen machen, nein? So lange.